Wieso habt ihr nichts gemacht? Bist du nicht ausgeflimmt? Vielleicht hätte sie doch erst mal einen guten Therapeuten, was so gut ist. Jedenfalls ist sie nicht unheilbar krank. Oder drogensüchtig. Eben. Keine Generation vorher. Ich hatte je so viel Freiheit. Da wird man nur verrückt. Wir bleiben ganz ruhig. Der gehört nicht zu uns. Wir waren doch schon eine ganze Weile auseinander, oder nicht? Ja, aber ich habe sie ja immer noch geliebt. Sich heutzutage für immer und ewig auf eine Sache festlegen, ist doch Wahnsinn. Da fragt man sich auch gleich, was schiefgelaufen ist. Ach so, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Katja hat sie einfach aus der Affäre gezogen. Kinder, ihr macht dich wahnsinnig. Scheiß drauf! Nati wollte immer so sein wie du. Du verschwendest dein Leben. Vielleicht ist mein Leben ja dazu da. Man zweifelt immer. Du hast dich entschieden und zahlst den Preis. Du bist doch frei. Ich bin deine Schwester. Ich will dich nicht abgeben. Heißen wir sie nun willkommen. Die Bräute Christi. Katholische Kirche ist doch wirklich das Letzte. Das regt mich sowas von auf. Ich bin deine Schwester. Vielen Dank.